Wenn wir vom Passiv reden, müssen wir zuerst einmal den Unterschied zwischen einem Aktivsatz und einem Passivsatz klären. In einem Aktivsatz ist die Person wichtig, die etwas macht. Die W-Frage Wer fragt nach der handelnden Person, die etwas tut und stellt einen direkten Zusammenhang mit dem Verpeer. Man fragt. Wer backt den Kuchen? Der Bäcker backt den Kuchen. Wer repariert das Auto? Der Mechaniker repariert das Auto. Wer packt die Koffer? Der Gast packt die Koffer. In einem Passivsatz ist die handelnde Person, gleichagens, also das Subjekt, unwichtig. Das Geschehen selbst, die Aktion ist wichtig und steht im Mittelpunkt. Man fragt. Was passiert? Ein Kuchen wird gebacken. Was passiert? Ein Auto wird repariert. Was passiert? Die Koffer werden gepackt. Wer den Kuchen backt, also die Person, agens, ist für den Vorgang nicht wichtig und wird im Passivsatz normalerweise nicht genannt. Soll die Person, die etwas tut, dennoch genannt werden, so gebraucht man. Bei einer direkten Person oder Ursache die Präposition von und Dativ. Der Kuchen wird vom Bäcker gebacken. Das Auto wird vom Mechaniker repariert. Die Koffer werden vom Gast gepackt. Bei einer indirekten Person oder Ursache die Präposition durch und Akkusativ, selten. Die Kerzen werden durch den Wind ausgeblasen. Der Brief wird durch den Boten überbracht. Der Patient wird durch die Operation gerettet. Voraussetzung zum Erlernen des Passivs sind gute Kenntnisse über die jeweiligen Verbehrgänzungen. Man sollte den jeweiligen Kasus, Nominativ, Akkusativ und Dativ, unterscheiden können. Das Auto wird durch die Anwendung des Passivs sind gute Kenntnisse über die Anwendung des Passivs. Das Auto wird durch die Anwendung des Passivs.